Musik Hallihallöchen und herzlich willkommen zur nächsten Folge von der Elder Scrolls Film Skyrim. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, liebe Leute. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und jetzt schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021. Ich hoffe, es wird besser als das 20er Jahr. So, wir sind hier noch immer in Dämmerlicht im Kerker. Wir müssen schauen, dass wir diesen komischen befreien. In Orten. Diesen Dieb. Ich hasse ihn jetzt schon. Eisgeistzähne. Die sind sehr viel wert. Winziger Seelenstein nehme ich auch mit. Folgendes. Bevor wir ihn hier rauslassen, werden wir noch einmal diese Tür hier aufsperren, die wir ja in der letzten Folge schon aufgesperrt haben. Aber wir haben verloren. Ah, jetzt da geht's ja gar... Was ist denn da los? Ich hab nur noch 40 Titel. Nun noch 40 Titel. Ja, das ist ja extrem komisch gewesen gerade. So, ähm... Was haben wir da noch schnell? Hier haben wir einen Zaubertrank der Heilung. Salz nehme ich natürlich mit. Wein, brauchen wir jetzt nicht. Geldbeutel. Und wir haben 33 Gold hinzugefügt. Beim letzten Mal waren es 20. Äh, Distelzweig kann ich auch mitnehmen. Äh, die Truhe, da ist ja auch was Gutes drin, glaube ich. Ah, sofort abgebrochen. Das gibt's ja nicht. Das ist... Wahnsinn. Schlosskacken verbessert auf 22 Gold. Äh, Robe der geringen Beschwörung. Keine Ahnung, brauche ich nicht. So, ähm, da haben wir gelootet. Gelootet, gelootet. Ja, au, was ist denn? Äh, durchsuchen Wolf. Wolfspelz. Ich nehm alles mit. Da ist ja auch noch irgendwo ein Wolf oder ein anderer. Ähm, ne, ja, Leute. Nein, ich habe gerade vorhin einen Anruf bekommen. Deshalb habe ich geschnippelt. Äh, und... Ja. Schneebeeren. Knoblauch. Mh, lecker. So, ich werde ihn jetzt mal befreien. So, befreie Orfen. Komm raus, jetzt bleibt er drin. Danke, danke, danke. Ja, ja. Ich verspreche, ich werde helfen. Und dann gehe ich zurück zur Akademie und werde sie anflehen, mich wieder aufzunehmen. Oh, das wird eine Herausforderung. Ich brauche eure Hilfe nicht. Und wo sind die Bücher? Ach ja, natürlich. Ich wollte es euch ja sagen, nicht wahr? Die Beruferin muss sie haben. Sie war an einem der Bände sehr interessiert. Allerdings nicht interessiert genug, um zu verhindern, dass ich eingesperrt wurde. Hm. Äh, okay. Ihr habt mich gerettet. Habt vielen Dank. Wer weiß, was sie mit mir gemacht hätten, wenn ihr nicht gekommen wäret. Ich vertraue ihm nicht. Ich helfe euch hier rauszukommen, versprochen. Ja, hoffentlich. Ich brauche... Okay. So, haben wir da was drin? Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht einsperrt. Nö. Lass mich durch. Ich bin Arzt. So. Ähm. Dann werden wir mal hier... Quicksafen. Kommst du jetzt mit? Ja, da ist er. Da ist er. Orton. Durchsuchen Kommode. Stiefel, Kleidung. Brauche ich nichts davon. Wenn ich jetzt ehrlich bin, ne? Würde ich mal sagen. So. Schlüssel erforderlich. Kannst du mir da aufsperren. Warum bin ich bloß hierher gekommen? Ihr braucht meine Hilfe nicht? Das schaffe ich alleine. Das Ganze wäre erheblich einfacher, wenn ihr euch da raushalten würdet. Wenn ihr mich nicht sofort in Ruhe lasst, würde ich euch eigenhändig. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir brauchen da einen Schlüssel, Leute. Ja, dann müssen wir nach unten, ne? Würde ich mal vorschlagen. Ähm. Wo ist da jetzt? Ah, hier. Nein, nein, das ist der falsche Weg. Wir müssen nach oben. Dort finden wir sie. Dort sind auch die Bücher. Ja, die Bücher. Aber erstens mal bin ich Arzt. Also lasst mich durch. Und zweitens einmal. Ähm. Habe ich keinen Schlüssel für oben. Da muss da irgendwo doch ein Schlüssel sein, Leute. Da haben wir noch Lederstreifen zum Looten. Da muss irgendwo ein Schlüssel sein. Den suche nach dem Schlüssel. So wird die Folge heißen. Keine Ahnung, nein. Ähm. Kohlkorb, Kartoffeln. Brauchen wir alles nicht. Ähm. Ähm. Hier haben wir diese Wehren da. Lederstreifen. Das brauche ich zum Craften. Ich werde hier auf jeden Fall mal quicksafen. Denn da unten geht es zur Sache. Was? Habt ihr etwas gehört? Lass mich durch. Jedes Mal stehen wir die im Weg. Hilfst du mir vielleicht? Geh mir aus dem Weg. Schnell rauf hier. Lass mich durch. Die lassen mich nie durch. Das gibt es ja nicht, Leute. Äh. Der kleinen Heilung. Der kleinen Heilung. Feuermagier-Lehrling. Nein. Glade. So. Stahldurch. Brauche ich nicht. Winziger Seelenstein. Den nehme ich mir. Wo ist der Kerl hin? Ist der schon tot? Äh. Okay. Der ist tot. Gut. Ich brauche deine Hilfe sowieso nicht. Hoffentlich. Bescheid das Buch. Was ist die Legende des Roten Adlers? Äh. Sollte ich vielleicht nehmen, ne? Leere Weinflasche. Eisendolch. Da muss ja irgendwo... Muss da ein Schlüssel sein, Leute. Ich brauche den Schlüssel für oben. Hat er vielleicht den Schlüssel? Winziger Seelenstein. Zauberbuch Kerzenschein. Äh. Die Bücher. Werde ich jetzt schauen, dass ich drei nachlese. Äh. Brauche ich nicht lesen. Der habe ich ja schon gelesen. Nur. Zufallsfehler. Werde ich jetzt? Kerzenschein. Ähm. Keine Ahnung. Können wir nichts machen. Äh. Nicht damit. Beschädigtes Buch. Der Monomythos. Okay. Hahn. Was ist ein Hahn? Mann. Ähm. Die kann ich alle verkaufen, die Bücher. Statt der Steine. Beschädigtes Buch. Da muss doch irgendwo... Da muss doch irgendwo... Schlüssel sein, Leute. Ich brauche den Schlüssel. Da sind Fässer. Die sind alle leer. Eisendolch. Laterne. Äh. Sack. Kartoffeln. Der Suchenschrank. Kinderpuppe. Lederstreifen. Okay. Wolfskönig im Buch. Dummer von Himmelsrand. Was? Die Dummer... Dunmer von Himmelsrand. Die Dummen im Himmelsrand. Die... Arthurische Heresie. Ich werde jetzt schon bald wieder voll sein, Leute. Götter und Kulte. Äh. Okay. Okay. Ähm. Ja, dieser Ohrtod, Ohrrot ist tot. Sollten wir irgendwann einmal einen Schlüssel finden, Leute. Irgendwo, irgendwie, irgendwann. Ähm. Junger Vampir. Redet das Essen mit dem Koch? Was? Redet das Essen mit dem Koch? Hä? Was wisst ihr von mir? Ja. Leute. Ja, gehen wir mal da rauf. Ich guckse auf einmal. Und marschiere hier rauf. Okay, da haben wir, äh... Ziegenbein. Bäh. Äh, eine Kartoffel. Knoblauchzopf. Kuduuk. Durchsuchen, Schrank. Bügeleisen. Nö. Ich werde doch kein Bügeleisen nehmen, Leute. Sicher nicht. Korb. Korb, 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 Korb. Wo haben wir den Schlüssel? Der muss irgendwo liegen. Eimer war das. Oh. Ha, ha. Ha, ha. Weg damit, dir. Okay. Eisendolch, Stiefel brauche ich nicht, Ascherhofen, Stahlpfeil, Drachenbaum, Trollfett. Oh, da haben wir ein bisschen gelootet. Gold, Goldjung, ne? Knochenmehl. Ich brauche keinen Nordbogen, keinen alten Nordbogen. Knochenmehl. Ja, die Folge neigt sich langsam doch dem Ende zu. Haben wir Gold? Was ist das? Was ist das? Zauberbuch, Zombie erwecken. Okay, Zauberbuch, Zombie erwecken. Neuer Zauber gelernt, Zombie erwecken. Cool. Ja, wieder Gold. Wie viel Gewicht haben wir auf der Kante? 304, ich kann nicht mehr tragen. Knochen, äh, hoppala, Knochenmehl. Leute, das ist ja extrem. Winziger Seelenstein. Lesen brauche ich nicht, die ganzen Bücher hier. Bescheid das Buch, der organische Bericht. Durchsuchen Fass, Weizen, ich kann nicht rennen. Ah, Leute. Dann werden wir auf jeden Fall mal einige Bücher weggeben. Wir haben so viele Bücher. Zack. 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 So. Das Handbuch für den Lehrling. Der Bettlerprinz, weg damit. Zack. 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 So, weg damit. Die ganzen Bücher brauche ich nicht. Aus. Ende. So, liebe Leute. Dann würde ich mal vorschlagen, ich bedanke mich für euer Zuschauen. Werde hier quicksafe und wir machen in der nächsten Folge hier weiter im Kerker. Ja, hoffentlich bekommen wir bald die Bücher. Ja, es sind auch schon einige Folgen. Ähm. Ah, ich muss meinen Drink aufmachen. Äh, einige Folgen hier in diesem Kerker. Und wir machen beim nächsten Mal weiter. Dankeschön, wünsche euch nochmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr 2021. Dankeschön. Euer Horst, die sagt Game Over und Ciao.